Yo, 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 was geht ab meine Freunde? Willkommen zu einem neuen Video von mir. Wenn ihr dieses Video hier seht, bin ich wahrscheinlich gerade auf Twitch live. Also wenn ihr Bock habt mit mir zu zocken, dann kommt einfach auf Twitch. So, auf jeden Fall im heutigen Video präsentiere ich euch die Top 10 der seltensten Item Shop Skins in Fortnite. Weil jetzt schon des öfteren unter meinen Videos geschrieben worden ist, ich soll darüber mal ein Video machen, welches denn die 10 seltensten Item Shop Skins in Fortnite sind. Habe ich mir mal die Mühe gemacht und daraus ein schönes Video fabriziert, beziehungsweise produziert. Es ist auch nicht eine Top 10, sondern es ist eine Top 15, aber ja, damit man so etwas in Relation setzen kann. Ihr wisst Bescheid. Im Hintergrund lasse ich ein bisschen Party Royale laufen und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an, Leute. Lasst gerne ein Like da. Go, Junge. So, natürlich ist das jetzt keine Top 10. Ich habe auch zwei Skins, die jetzt bald in den Item Shop kommen werden, weil die geleakt worden sind, Leute. Und mit den beiden Skins fangen wir erstmal an, weil das so mäßig informationstechnisch ist. Auf Platz 20 der seltensten Item Shop Skins momentan in Fortnite ist die Gefahren Agentin, die zuletzt vor 776 Tagen im Item Shop war. Der Skin wurde jetzt aber seit dem neuen Update aktualisiert. Das heißt, der Skin wird in den kommenden Tagen, beziehungsweise Wochen in den Item Shop kommen. Und somit wird dieser Skin nicht mehr selten sein, die Gefahren Agentin. Ich persönlich besitze den Skin und der ist natürlich mega nice, Leute. Es gibt auch noch die männliche Variante von dem Skin, aber die männliche Variante ist nicht selten, Leute. Gleiches gilt für den Cold Skin, der zuletzt vor 768 Tagen im Item Shop war und nun zweimal im Item Shop war. Der wurde auch aktualisiert und der wird in den kommenden Tagen auch irgendwann in den Item Shop kommen. Ist momentan tatsächlich der 18 seltenste Item Shop Skin in Fortnite. Und jetzt fangen wir mit den Top 15 Skins in Fortnite an, beziehungsweise mit den 15 seltensten Item Shop Skins in Fortnite. Auf Platz 15 haben wir den Aeronaut Skin. Ich persönlich finde den Skin eigentlich sehr, sehr nice, würde den aber tatsächlich niemals spielen, weil ich sowieso männliche Skins nicht so feiere. Deswegen Aeronaut auf jeden Fall Platz 15, zuletzt vor 803 Tagen im Item Shop gewesen. Auf Platz 14 haben wir den Tracker Skin. Der sieht halt wirklich aus wie ein ganz normaler No Skin aus Chapter 1. Hat vielleicht ein bisschen andere Farbe, mäßig gelbes Tanktop und so weiter und so fort. Aber der Rest, er sieht halt wirklich aus wie ein No Skin aus Chapter 1, Leute. Trotz allem ist dieser Skin schon 804 Tage nicht mehr im Item Shop gewesen. Länger nicht im Item Shop gewesen, wie der Aeronauten Skin. Würde ich persönlich auch nicht spielen, ich spiele nicht so gerne männliche Skins, Leute. Auf Platz 13 haben wir den Dominator Skin. Der sieht schon ein bisschen besonders aus. Ich glaube, die männliche Variante war vor kurzem im Item Shop, aber die weibliche Variante nicht. War zuletzt vor 816 Tagen im Item Shop und ist somit Platz 13 der seltensten Item Shop Skins in Fortnite. Auf Platz 12 haben wir den Chief Hopper, den ich wirklich absolut selten sehe, Leute. Also wirklich unnormal selten. Also den hat sich wirklich kaum einer gekauft. Der sieht einfach aus wie Indiana Jones und war zuletzt vor 818 Tagen im Item Shop. So, Leute, dann kommen wir mal zu Platz Nummer 11. Und auf Platz Nummer 11 haben wir den Demogorgon. Tatsächlich besitze ich auch diesen Skin, der zuletzt vor 818 Tagen im Item Shop war. Ich persönlich spiele den Skin jetzt nicht, weil der sieht wirklich sehr, sehr hässlich aus. Aber ich meine, für Skin Contest oder so ist dieser Skin auf jeden Fall geeignet. So, kommen wir jetzt mal zu Platz Nummer 10, beziehungsweise zu den Top 10 der seltensten Item Shop Skins in Fortnite. Und ich persönlich sehe den Skin sehr, sehr selten. Ich wusste gar nicht, dass der so selten ist. Junge, wie die alle gucken, ne? Auf Platz Nummer 10 haben wir den Freestyle Skin, der zuletzt vor 845 Tagen im Item Shop war. Und ich wusste gar nicht mal, dass dieser Skin selten ist, Leute. Ich weiß nicht, ob ihr es wusstet. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich persönlich wusste es nicht. Guck mal, wie die alle gucken, ne? Er so, ja, Mann. Stabil, stabil, Junge, ne? So, auf Platz Nummer 9 haben wir den Deadfall Skin. Ich habe den auch so noch nie gesehen. Ich weiß gar nicht, ob ich den besitze. Ich müsste mal bei mir in meinen Spind reingucken, ob ich den besitze. Weil der sagt mir irgendwas. Nur ich bin mir da nicht so sicher, Leute, ob ich den habe. Ihr könnt ja auch vor allem gerne mal in die Kommentare schreiben, von den ganzen Skins, die ich heute in diesem Video präsentiere. Welche ihr von denen habt. Und dementsprechend interessiert es euch wahrscheinlich, welchen Skin wir auf Platz Nummer 8 haben. Und auf Platz Nummer 8, die weibliche Variante, ist wirklich gar nicht selten. Die kommt so oft in den Shop. Aber die männliche Variante, die sieht man wirklich sehr, sehr selten. Und zwar ist das der Shure Shot Skin, der zuletzt vor 859 Tagen im Item Shop war. Und ich wusste gar nicht mal, dass die weibliche Variante eine männliche Variante hat. Aber okay, man lässt sich ja gerne eines Besseren belehren, Leute. So, und hier vorne haben wir einen Skin, den Militär Skin. Von diesem Skin, der macht hier voll die Faxen, der kleine 31er. Der kleine 31er, Digga. Mann, Mann, Mann. Lass mal kurz einen anderen OG Skin hier rausholen. Wir holen mal kurz den Aerial Soul Trooper. Mal gucken, ob der das jetzt immer noch hier macht. Auf jeden Fall von dem Militär Skin, den ich euch gerade vorne gezeigt habe, der auch hier vorne in der Lobby drin ist. Die männliche Variante ist auf Platz Nummer 7. Und zuletzt vor 879 Tagen im Item Shop gewesen. Krasser Scheiß. Hier rechts ist die weibliche Variante. Und die männliche Variante ist halt eben auf Platz Nummer 7. Auf Platz Nummer 6 haben wir den Sledge Skin, der zuletzt vor 881 Tagen im Item Shop gewesen ist. Und ich habe den tatsächlich noch nie hier im Party Royale irgendwo gesehen. Also wenn der hier Faxen macht, dann kann ich auch Faxen machen. Da sage ich dir ehrlich. Vor 881 Tagen, Leute. Somit kommen wir auch jetzt zu den Top 5 der seltensten Item Shop Skins in Fortnite. So, und auf Platz Nummer 5 haben wir den Vector Skin. Den sieht man wirklich sehr, sehr selten, Leute. Darüber brauchen wir nicht diskutieren. Den sieht man wirklich nicht oft. War tatsächlich zuletzt vor 881 Tagen im Item Shop. Und das ist geisteskrank. Geisteskrank. Weil wir nähern uns so langsam die Tausender Marke. Und genau den Skin, den ich euch jetzt präsentiere, ist der letzte Skin, der noch dreistellig zuletzt im Item Shop war. Er war nämlich zuletzt vor 915 Tagen im Item Shop. Und zwar ist es der Infiltrator Skin. Und das ist der letzte Skin, weil jetzt gehen wir auf die Skins, die mehr als 1000 Tage nicht mehr im Item Shop waren. Aber der Infiltrator ist auf jeden Fall auf Platz Nummer 4. Auf Platz Nummer 3 und verdienter Platz 3, Leute, haben wir tatsächlich den Black Widow Skin. Also Schwarze Witwe hieß die, glaube ich, die alte von dem Avengers Film. Ihr wisst schon, was ich meine. Marvel-Reihe. War zuletzt vor 1002 Tagen im Item Shop. Und ist somit auf jeden Fall verdienter Platz 3. Auf Platz 2 und viele sind der Meinung, dass dieser Skin auf Platz 1 ist. Was macht der hier, Digga? Was geht mit dem, Junge? Warum sind die denn alle hier so pervert unterwegs? Digga. Naja, auf jeden Fall. Auf Platz Nummer 2 haben wir den Special Commandant, der zuletzt vor 1104 Tagen im Item Shop war. Aber eine wichtige Information fehlt. Weil ich finde, es ist nicht nur wichtig zu wissen, wie lange er nicht mehr schon im Item Shop war. Sondern wie oft er im Item Shop war. Und der Special Commandant war insgesamt 30 Mal im Item Shop. Das müsst ihr im Hinterkopf behalten. Also zuletzt vor 1104 Tagen im Item Shop gewesen. Und war an 30 verschiedenen Tagen käuflich erwerblich. So, jetzt kommen wir zu den King. Und zwar dem Platz 1. Und zwar ist es der Reflex Skin. Ja, viele denken immer nur, ach, die Exklusiv-Variante ist ja nur selten. Nein, dieser Skin war zuletzt vor 1082 Tagen im Item Shop. Also circa drei Wochen war der Special Commandant länger nicht mehr im Item Shop gewesen. Aber dieser Skin, den konntest du dir nur an zwei Tagen im Item Shop kaufen. Hingegen der Special Commandant war 30 Mal im Shop käuflich erwerblich. Dementsprechend bin ich der Meinung, dass der Reflex Skin verdienter Platz 1 hier ist. Und der Reflex Skin der seltenste Item Shop Skin in Fortnite ist. Standpunkt heute, Leute. Ihr könnt ja mal gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben, ob ich da recht habe oder nicht. Aber alles in allem hoffe ich natürlich, dass euch jetzt diese kleine Information gefallen hat. Lasst gerne ein Like da. Und wenn ihr noch irgendwie Top 10 Videos oder so haben wollt, schreibt es in die Kommentare. Vielleicht mache ich dann aus eurer Idee ein Video. Ich würde sagen, haut da rein.